Letztes Wochenende im November mit spannenden Fragen. Manchmal lernt man auch wirklich was, das gestern wusste ich tatsächlich nicht. Und hab's nicht nur mal falsch geraten, ich wusste halt einfach nicht. Heute weiß ich's hoffentlich wieder bei der Kernprobe mit dieser Samstagsfrage aus dem Nerdquist-Kalender, die so kurz ist. Wer ist der Erfinder der Sims? Ach, das weiß ich auch tatsächlich. Der gute Mann hat ja leider lange nichts mehr rausgepopelt, was irgendjemand interessiert. Spore war's ja wohl nicht und die Sims sind auch inzwischen nur noch Gelddruckmaschinen. Jedenfalls will right. Wobei ich SimCity immer am besten fand.